Ja, grüß Gott zum fünften und vorletzten Video. Was ich Ihnen hier zeigen möchte, ist so, wie man Erweiterungen nutzen kann. Das betrifft insbesondere die Statistik und GeoGebra. Und ich zeige Ihnen außerdem auch noch, wie man Multiple-Choice-Aufgaben hier machen kann. Das geht sozusagen gleichzeitig, wobei bei den Multiple-Choice zeige ich so zwei verschiedene Typen. Beginnen wir mal mit dem statistischen Median und Modus. Das ist wieder nachgemacht von einer alten Aufgabe aus der Zentralmatura. Gegeben ist eine ungeordnete Liste von 19 natürlichen Zahlen. Und ich soll da den Median und den Modus bestimmen. Puh, das ist aber ganz schön Sucherei. Also Modus, das kriege ich glaube ich noch hin, das sollte 13 sein. Nein, den Median rate ich jetzt mal. Ich sage mal, das ist 8. Okay, dann schauen wir mal, ob ich recht gehabt habe. Bei beidem habe ich mich vertan. Der Median war tatsächlich 9 und der Modus war hier eine 5. Ja, dumm gelaufen. Wie sieht man das? Man soll die der Reihenfolge nach aufschreiben und dann sieht man die 5 am häufigsten auf. Und der zehnte, das heißt der mittlere Wert, ist eine 9. Naja, wie ist diese Aufgabe gemacht? Was wir hier brauchen, die Statistikfunktionen werden standardmäßig nicht mitgeladen, wenn man Numbers startet und zusätzliche Erweiterungen klickt man hier bei Extensions heraus und da gibt es eben die statistischen Funktionen und es gibt eine Anweisung für die statistischen Funktionen. Und da gibt es eben Min, das muss man dann wissen, das ist der Mittelwert zum Beispiel und Median, also der Median ist klar und Mod ist der Modus. So ist das hier gemacht. Also jetzt schauen wir uns mal erstmal die Variablen an. Was mache ich da? Ich lasse hier eine Zufallsliste erzeugen. Jetzt sind hier gleich mehrere Zufallsbefehle drin. Zunächst mal Repeat Random 2 bis 12 mal 2,6 bedeutet, ich lasse mir eine Zahl von 2 bis 12 zufällig generieren, nehme die dann mal 2, komme also irgendwo bei 4 bis 24 raus. Und diesen Prozess wiederhole ich sechsmal. Also hier gibt es sechs Zufallszahlen, die zwischen 4 und 24 liegen. Dann kommt eine Zahl Modus 1, die wird in jedem Fall fünfmal wiederholt. Eine Zahl Modus Nicht-Modus 1, die wird viermal wiederholt. Und eine Zahl Nicht-Modus 2, die wird auch viermal wiederholt. Und damit ist dann ziemlich sichergestellt, dass der Modus der Liste tatsächlich diese Zahl Modus 1 ist. 100% sicher ist es nicht, wenn man hier zufällig sechsmal genau dieselbe Zufallszahl gezogen kriegen würde. Dann würde es nicht hinhauen, weil was ich auch noch sicherstelle, ich mache den Modus und diese zwei Nicht-Modus-Zahlen, die mache ich immer ungerade. Und die Zahlen, die ich hier zufällig auswähle, mache ich immer gerade. So und außenrum steht noch ein Befehl Shuffle, also um das Ganze herum. Und der sorgt einfach dafür, dass die Liste dann zufällig angeordnet wird, weil wenn die ganzen Elfer da alle hintereinander stehen würden, dann wird man ja sofort sehen, was der Modus ist. So wird hier das zufällig erzeugt. Warum mache ich mir hier den Stress mit Modus und Modus 1 überhaupt? Ja, müsste ich nicht unbedingt machen. Was halt passieren kann, wenn man eine normale Zufallsliste erzeugt, ist der Modus ja nicht unbedingt eindeutig. Deswegen sehen Sie auch, dass das Ergebnis vom Modus hat hier so geschweift, so eckige Klammern außen herum. Das meint, der Modus ist im Allgemeinen eine Liste und nicht eine einzelne Zahl, weil wenn zwei Zahlen dreimal auftauchen, dann sind die beide der Modus oder der Modalwert. Das ist ja nicht unbedingt eindeutig bestimmt. So und um das sicherzustellen, erzeuge ich halt eine Zahl besonders häufig. Sonst ist da jetzt eigentlich nichts Besonderes wieder. Ich habe hier wieder meinen Gap Fill mit Median und Modus, die ich hier eben auch als Lösung eintrage. Da kann ich gleich noch was korrigieren. Der Median sollte ja eigentlich auch immer eindeutig bestimmt sein. Ganz sicher ist das ja nicht. Manchmal kann das sein, dass man bei Median zwei Zahlen miteinander addieren und davon die Hälfte nehmen muss. Bei 19 Zahlen sollte eigentlich die mittlere Zahl immer eindeutig bestimmt sein. Und damit können wir hier bei Digits auch einen Nuller hinschreiben. Gut, dann haben wir das gerade noch korrigiert. Was jetzt interessant ist, man kann hier, wenn man die Empfehlung macht, es empfiehlt sich die Liste zu sortieren. Und das ist jetzt wieder nett, wenn ich hier den Befehl Sortliste reinschreibe, kann ich mir mal im Preview ansehen. Dann kriege ich halt die Liste direkt sortiert nach der Größe. Und da sehe ich natürlich sofort, ah, da sind die 11 am häufigsten jetzt in diesem Fall. Und der 15 heißt genau der mittlere, weil der zehnte wert. So kann man das machen. Und damit hat man dann eben bei der Aufgabe, wenn man sich das anschaut, dann nachher eben auch diese Anleitung, die einem da diese Empfehlung gibt. Ja, das war mal die Statistikerweiterung. Gibt noch eine ganze Reihe weitere statistische Funktionen. Zum Beispiel auch Standardabweichungen und so. Alles, was Sie da so gewohnt sind von der Statistik, finden Sie hier. Da sehen Sie, das ist ein ganzer Berg an Funktionen, wo man sich die in JSTAT dann die Dokumentationen angucken kann, was diese Funktionen eigentlich machen. Das wollen wir jetzt nicht machen und wollen uns ein zweites Beispiel anschauen. Wir wechseln dazu jetzt mal die Unterstufe und machen so ein Beispiel, was gut zu den Standards oder den IKM passen würde. Das Beispiel nennt sich Punkt im Viereck. Muss man immer etwas Geduld haben. Das ist jetzt eins, was GeoGebra nutzt. In einem Koordinatensystem wurde ein Viereck ABCD konstruiert. Und dieses Viereck ist tatsächlich ein GeoGebra-Applet, das zufällig Punkte ABCD erzeugt kriegt. So, jetzt soll ich einen Punkt wählen, der im Inneren liegt. Das sehe ich mit einem Blick. Das ist der Punkt 1, 2. Jetzt können wir mal schauen, ob ich mich nicht verblickt habe. Ach, ich habe das scheinbar nicht angeklickt. Das ist ja blöd. Jetzt probiere ich nochmal eine andere Aufgabe von der Art. So, dann schauen wir halt nochmal. Ich würde sagen, das ist immer noch der Punkt 1, 2. Antwort einreichen. Okay, die habe ich richtig. Und jetzt Antwort aufdecken. Und da sehen Sie, ich habe ja auch nochmal als Lösung wieder ein GeoGebra-Applet. Und in dieses GeoGebra-Applet lasse ich mir sogar hereinplotten die einzelnen Punkte. Wie funktioniert sowas? Das kann ich Ihnen vielleicht mal zeigen, indem ich auf mein GeoGebra-Profil zunächst mal wechsle. So, und da haben Sie hier meine Vieleck-Angabe. Da ist jetzt einfach irgendwo dieses Vieleck A, B, C, D gezeichnet. Und was Sie jetzt nicht sehen, außerhalb des Bildes sind auch noch die Punkte G, H, E und F gezeichnet. So, und diese URL von dieser GeoGebra-Datei in meinem Profil, die gebe ich Numbas bekannt. Und dann kann Numbas tatsächlich die Werte für diese Punkte austauschen. Schauen wir uns mal an, wie das gebastelt ist. In einem Koordinatensystem wurde ein 4 konstruiert. Bitte etwas Geduld. Das ist auch noch falsch geschrieben. Geduld. Das können wir derweil gerade mal korrigieren. Ja, und dann steht hier App. Was ist denn App? Schauen wir mal, was App ist. App ist ein GeoGebra-Applet. Da steht die URL. Und dann gibt es Devs. Was ist Devs? Devs ist eine Liste. Und diese Liste ist so gemacht, dass zunächst immer der Name eines GeoGebra-Objekts angegeben ist. Dann Komma. Und jetzt ein Objekt aus Numbas. Bei mir ist das aus der Liste der Eckpunkte das erste Element. B wird aus der Liste der Eckpunkte das zweite Element. C aus der Liste der Eckpunkte das dritte Element. D aus der Liste der Eckpunkte das vierte Element. Eckpunkte erzeugt hier verschiedene Vektoren aus Zufallswerten für X-Werte und Y-Werte. Und hier habe ich das auch so gemacht. Uhrliste ist ein Shuffle. Also damit wirklich die X- und Y-Werte lauter verschiedene Zahlen sind, ziehe ich da nicht mehrfach zufällig einen raus, sondern sortiere die Liste 1, 3, 5, 7 beziehungsweise 2, 4, 6, 8 jedes Mal etwas anders. Und dadurch entstehen dann immer unterschiedliche Eckpunkte. Diese Eckpunkte übergebe ich durch diese Definition an mein GeoGebra-Applet. So, jetzt muss ich noch die Lösung erzeugen. Bei der Lösung mache ich das einfach so, dass ich das Minimum der X-Werte, das Minimum der Y-Werte und zufällig plus minus 1 dazu nehme. Dann erwische ich auf jeden Fall immer einen Punkt, der im Inneren dieses 4X herin liegen muss. Und bei den Distraktoren, das können Sie sich mal in einer ruhigen Minute nochmal genauer anschauen, da ist das im Grunde genommen so gemacht. Das kann ich Ihnen hier vielleicht bei der Aufgabe nochmal zeigen. Wenn man sich die Antwort da ansieht, kann man sehen, wie das gemacht ist. Ich habe das so gemacht, dass ich gesagt habe, ich nehme immer einen Punkt G zum Beispiel, der hat so ungefähr den Mittelwert der Y-Koordinate von B und C, aber den X-Wert von der größeren Koordinate von B und C. Dann liegt der auf jeden Fall außerhalb. Genauso ist das hier bei A und D gemacht, da mache ich auch so einen Trick. Und genauso ist das hier bei D, C und H gemacht, da mache ich auch so einen Trick, der mir sicherstellt, dass dieser Distraktor jedenfalls immer außerhalb liegt. Aber noch einigermaßen attraktive Lösung ist, bei der man jedenfalls nicht auf den ersten Blick sofort erkennen kann, wenn man noch nicht so geübt ist, dass ob dieser Punkt nicht auch im Inneren liegen könnte. Ja, so ist das gemacht. Und jetzt, wie geht es weiter bei der App-Lösung? Ja, da habe ich halt eine andere Definitionsliste. Da habe ich auch nochmal die Eckpunkte A, B, C, D. Aber ich habe zusätzlich, lasse ich noch den Lösungspunkt eintragen und ich lasse die drei Distraktorenpunkte eintragen. Das heißt, ich kann auch hier in dieser Advice, die für die Lösung ist, eben ein Applet laden lassen. Das, was jetzt immer so ein bisschen stört, ist, dass das einen Moment dauert beim Laden. Das stimmt. Das Problem ist allerdings nicht so groß, wenn Sie die Aufgaben, was wir im nächsten Video uns dann auch noch ansehen werden, zu einem Test zusammenstellen, weil dann lädt Nambas die ganzen Applets schon im Vorhinein. So, also das war jetzt mal mit einem GeoGebra Applet gemacht und ist auch ein Beispiel für ein Multiple-Choice-Beispiel, was wir ja noch gar nicht gesehen hatten. So, da steht hier als Statement, welcher Punkt liegt im Inneren des Vierecksklicke an und da habe ich jetzt die Choices und die Choices, die schreiben mir jetzt einfach den Lösungsvektor mit einem Punkt und die ganzen Distraktorenvektoren jeweils mit Nullpunkten hin. Jetzt werden Sie noch sagen, naja, ist ja blöd, wenn immer das Erste die richtige Antwort ist. Ja, ja, ja. Da gibt es natürlich die Marking-Settings, wo man dann sagen kann, Shuffle-Order of Choices und dann wird zufällig immer die richtige Antwort an unterschiedlichen Platz gesetzt. So, Selection-Type ist hier Radio-Buttons, man könnte auch Dropdown-List machen, dann wäre das sozusagen so, dass die Sachen nicht sichtbar sind, sondern man die so herausklappt aus so einer Rausklappliste, genauso wie das hier ist. Das ist aber hier jetzt nicht so sinnvoll. Number of Display Columns, da kann man noch sagen, wenn man nicht will, dass die alle nebeneinander stehen, sondern zum Beispiel will, dass die alle untereinander stehen, dann sagt man eine Number of Display Column. Sehen Sie, dann stehen die alle so untereinander oder man könnte auch sagen, es stehen immer zwei nebeneinander. Hier ist das aber so kurz, dass ich sagen würde, da kann man ruhig Null reinschreiben. Das stört eigentlich nicht, wenn in dem Fall die vier Lösungen brav nebeneinander stehen. Ist eh schon relativ groß hier, das angezeigte Applet. Ja, damit haben wir auch schon mal ein Multiple-Choice-Beispiel gesehen. So, jetzt gehen wir aber nochmal zurück. Ich hatte auch versprochen, dass ich Ihnen beim Quader mit der quadratischen Grundfläche das zeige. Das zeige ich jetzt relativ kurz, weil das Beispiel hatten wir ja eigentlich schon gesehen. Und das geht tatsächlich auch. Also hier lasse ich jetzt den Quader da als GeoGebra-Objekt erzeugen. GeoGebra 3D sieht aber letztlich nicht so schön aus. Eingabe ist hier wieder der Vektor, das ist alles wie noch vorher. Der Unterschied ist jetzt, hier habe ich nochmal fünf und zehn Längeneinheiten. Ist also zufällig wieder genau das Doppelte geworden. Das war klar. So, jetzt habe ich zwölf und 33. Da sehen Sie, da ist das Längenverhältnis ein anderes. Und mir wird hier wirklich immer neu der Quader, der dann passend ist, generiert. Und was auch noch sehr nett ist, da kann ich Ihnen gleich auch noch kurz zeigen, was das damit auf sich hat. Hier wird jetzt auch immer der Lösungsvektor korrekt eingetragen. Ja, wie ist das gemacht? Gehen wir mal wieder in die Aufgabenstellung herein kurz. Hier habe ich jetzt A und B drinstehen. Vielleicht gehe ich da auch nochmal kurz rein. Zufallsvariable habe ich A, die läuft zwischen 4 und 8. Und ich habe eine Zufallsvariable B, die läuft zwischen 8 und 12. Und die trage ich dann ein als A und B und übergebe die wieder an mein GeoGebra-Applet, was mir dann dieses 3D-Bild erzeugt, was ich allerdings auch noch mache, damit das ein bisschen mehr Variation hat. Ich lasse mir noch einen zufälligen Multiplikator anzeigen, mit dem sowohl A als auch B malgenommen wird, weil dann bleibt ja perspektivisch gesehen noch alles korrekt. Also wenn jetzt hier zum Beispiel steht 24 und 32, dann zeichnet aber GeoGebra das intern eigentlich mit meinetwegen 8 und 24 und 32. Dann haben wir hier 6 und 8 als echte Zahlen und die werden einfach nochmal 4 multipliziert. So, und so kann man das dann machen. Und für den Advice ist es halt wieder genauso. Da habe ich eine andere App. Und wenn ich hier in die Variable nochmal reingehe, dann übergebe ich hier der App 2 eben eine zusätzliche Definition, nämlich ein bestimmtes n. Und dieses n ist die Auswahl. Und die Auswahl ist zwischen 0 und 3. Das ist genau diese Auswahl, die steuert, welcher der Vektoren das ist. Und basierend darauf lasse ich dann in GeoGebra jeweils einen unterschiedlichen von diesen vier passenden Vektoren, die da in der Lösung drin sind. Ich kann die Lösung ja hier nochmal aufdecken. Lasse ich dann entweder den BH oder den HB oder den AG oder den GA-Vektor anzeigen. Das ist in GeoGebra relativ leicht, abhängig von so einer Zahl, verschiedene Vektoren anzeigen zu lassen. Das ist also gar nichts, was mit Numbers selbst funktioniert. Gut, dann haben wir das auch noch gesehen. Ich wollte auch noch ein erweitertes Beispiel zeigen, wo wir gleich eine ganze Reihe von GeoGebra Applets haben, beziehungsweise es ist eigentlich immer dasselbe Applet. Aber damit man auch mal ein bisschen was aus dem Bereich Funktionen und Analysis sieht, schauen wir uns das Beispiel hier vielleicht auch nochmal an. Potenzfunktionen. Wie ist das gemacht? Das ist auch noch ein etwas anderer Aufgabentyp. Gegeben sind die Graphen von vier verschiedenen Potenzfunktionen f mit f von x gleich a mal x hoch z, sowie sechs Bedingungen für den Parameter a und den Parameter z. Dabei ist a eine reelle Zahl und z eine natürliche Zahl. So, und jetzt soll man hier immer sagen, ist das a kleiner oder größer 0 und was ist das z? So, können wir ja mal bei a anfangen. Bei a ist zum Beispiel das z offensichtlich eine 1 und das wächst, also ist das a auch größer als 0. Jetzt müssen wir gucken, a größer 0, z gleich 1. Das sollte stimmen. Bei b haben wir offensichtlich z gleich 3 und ein kleiner. Also a kleiner 0 und z ist gleich 3. Das müsste b sein. Bei c haben wir z gleich 2 und a größer 0 und bei d haben wir wieder a kleiner 0 und z 1. So, da sehen Sie, habe ich alles richtig gemacht. Das ist dieses berühmte Zuordnungsformat, wie das in der Zentralmatora heißt. Das ist hier sozusagen auch abgebildet. Alle Bilder hier sind GeoGebra-Applets. Wenn ich jetzt eine andere Aufgabe von dieser Art probieren lasse, dann kriege ich da andere Graphen. Da sehen Sie zum Beispiel, hier kommt der Fall Z2 jetzt überhaupt nicht vor. Da kriege ich nochmal eine andere Aufgabe von der Art. Und das a ist auch jedes Mal ein bisschen anderes. So, dadurch erzeuge ich hier auch wieder ganz viele und auch die Reihenfolge hier oben. A, B, C, D habe ich nicht geändert von der Reihenfolge, aber die Reihenfolge der Antworten ändere ich immer. Ja, schauen wir auch da nochmal kurz herein, wie wird so eine Aufgabe in Numbers erzeugt. Hier oben ist wieder ganz normal der Angabetext. Schauen wir mal eben in die Variablen rein. Da brauche ich natürlich mein a und mein z. Das a, da erzeuge ich einfach zwei Werte. Einmal einen negativen und einmal einen positiven Wert. Und für das z brauche ich die Werte 1, 2, 3. So, jetzt habe ich hier die Earl von dem GeoGebra Applet und jetzt habe ich hier eine Liste. Und diese Liste erzeugt genau die sechs Fälle als GeoGebra Applet. Also einmal a größer 0 und z ist gleich 1. Einmal a kleiner 0 und z ist gleich 1 und so weiter. Also genau diese sechs Fälle werden erzeugt. Und genau die sechs Antworten werden auch erzeugt. So, und jetzt werden ausgewählt die Choices. Da sage ich Deal 6. Deal 6 heißt einfach, gib mir mal die ersten sechs Zahlen. Beginnend bei 0 in irgendeiner Reihenfolge. Und das ist hier 5, 0, 2, 3, 4, 1. Und jetzt mache ich das eben bei den Parts so, dass ich nur die ersten vier davon tatsächlich als Graph anzeigen lasse. Und das sind jedes Mal irgendwelche anderen. Und das ist jetzt auch wieder ein Zufallselement, was da drin ist. So, schauen wir mal, wie ist der Part gemacht. Hier ist erstmal der Prompt. Da ist eine Tabelle eingefügt worden. Da steht eben ABCD drin. Und dann die Graphen, nämlich die erste ausgewählte Graph, der zweite ausgewählte Graph, der dritte ausgewählte Graph und der vierte ausgewählte Graph. Und dann habe ich hier die Antworten ABCD nochmal hingeschrieben. Also die Auswahlen ABCD. Also die Zeilen in dieser Matrix. Und hier habe ich eben genau die Antworten. Und das sind wieder auch die Choices 0, 1, 2, 3, 4. Das sind die ersten, 0, 1, 2, 3. Das sind die ersten vier. Das sind die, für die es dann tatsächlich auch Graphen gibt. Und bei den Antworten habe ich aber auch noch 4 und 5 dabei stehen. Also die zwei, die eigentlich gar nicht vorkommen, muss ich bei den Antworten natürlich auch auswählen. Dann habe ich hier die Antwortmatrix. Da ist das genauso. Zur ersten Auswahl passt die erste Antwort. Zur zweiten Auswahl passt die zweite Antwort. Zur dritten Auswahl passt die dritte Antwort. Zur vierten Auswahl passt die vierte Antwort. Jetzt werden Sie wieder sagen, ja, da hat es der Schüler ja leicht. Ja, hat er im Prinzip. Aber auch hier lasse ich die Reihenfolge der Antworten nachträglich dann durcheinander schmeißen. Und dadurch ist das nicht mehr immer so, dass das genauso in der Diagonale anzukreuzen ist, sondern ist völlig zufällig. So, was ich hier noch gemacht habe, ich habe gesagt, der, die SchülerInnen darf höchstens vier Sachen ankreuzen und muss auch mindestens vier Sachen ankreuzen, weil es sind genau vier Sachen hier anzukreuzen. Falls man fünf oder sechs ankreuzt oder nur zwei, dann verhindere ich, dass das überhaupt abgegeben werden kann, um solche Fehler eben zu verhindern. Dann die richtige Antwort wird angezeigt, Scorefeedback Alten gibt es und der State wird angekreuzt, der richtig ist. So funktioniert diese Aufgabe. Wie gesagt, man könnte das auch sich einfacher machen und vorher solche Bilder erzeugen und zufällig ein Bild rausziehen, aber es ist mit GeoGebra gar nicht viel Arbeit, weil die GeoGebra-Datei ist hier ganz, ganz einfach. Die GeoGebra-Datei, die dazugehört, die können wir uns vielleicht auch noch mal angucken. So, hier sehen Sie die zugehörige GeoGebra-Datei. Da sehen Sie natürlich nichts, weil das so ein bisschen klein ist. Ich mache das jetzt mal größer. Und da sehen Sie, hier habe ich eben diese zwei Schieberegler A und N und die werden wieder vom Numbers überschrieben. Also zum Beispiel macht das Numbers das negativ oder ändert den Wert von A. Natürlich nicht auf Null, weil dann wird es etwas witzlos. Und das hätte ich jetzt nicht machen wollen. Man kann ja auch das N verändern und kriegt dann eben ersten, zweiten, dritten Grades. So, das ist eigentlich alles. Das darf ich jetzt nicht speichern. Man braucht nur die eine Datei und der Rest wird dann überschrieben. Man könnte da auch ganz andere Sachen mitmachen. Man könnte drei Parameter hineinnehmen und dann könnte man danach fragen, wo eigentlich die Nullstellen sind oder wo Extrem- und Wendestellen sind. All solche Aufgaben ließen sich mit Numbers machen, dadurch, dass ich eben in das GeoGeber herein dynamisch aus dem Numbers heraus Werte eingeben kann. So, damit haben Sie jetzt aber wirklich schon einiges über Numbers gelernt. Letzten Teil wird es noch kurz darum gehen. Wie stellt man jetzt eigentlich aus solchen Fragen ein Examen zusammen? Und dann gehe ich noch kurz auf ein besonderes Problem ein. Was ist eigentlich, wenn ich uneindeutige Lösungen habe? Aber mit diesem Video bin ich erstmal fertig.